Hi meine Lieben, heute gibt es ein Kooperationsvideo mit der lieben Jule von 1Prinche Peser 3. Ich glaube man spricht es so aus. Und das ist eine ganz liebe und süße und schaut unbedingt mal bei ihr vorbei. Ja und wir haben uns gedacht, dass wir für euch heute ein Winter Must Have Video machen. Mit unseren Lieblingssachen, die wir eben so im Winter gerne haben. Und ja, da ist alles dabei. Beauty, Fashion, Alltagssachen und ja, dann beginne ich gleich mal. Dann fange ich mal mit den Beauty Sachen für den Winter an. Also was ich zum Beispiel sehr, sehr gerne habe, allein schon wegen dem Duft, aber auch wegen der Wirkung, sind diese zwei Teile hier. Einmal eine Körperbutter von Soap & Glory und die ist sehr, sehr gut vom Duft und auch von der Pflegewirkung. Ich liebe das. Das ist so ein bisschen so eine härtere Creme und man braucht auch gar nicht so viel. Und sie riecht wie dieses Miss Dion Cherie Parfum. Und ich liebe das. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Duft und ja, es gibt irgendwie nichts Vergleichbares. Was ich auch noch sehr gerne habe, ist von Rituals die Honey Touch, die aber lustigerweise überhaupt nicht nach Honig riecht. Das ist so ein... man kann schwer beschreiben. Das ist so ein einzigartiger Duft wieder. Also da müsst ihr dran riechen. Es riecht so Spa-mäßig. Ich kann das echt nur schlecht beschreiben. Und eigentlich sieht diese Creme auch nicht so aus. Das ist jetzt nur eine kleine Größe. Eigentlich ist das so ein Topf, genauso wie diese hier. Und die war aber in so einem Set dabei, wo man so ausprobieren konnte. So ein Probeset. Und die nehme ich jetzt als Handcreme meistens. Aber wenn die leer ist, werde ich mir die auf jeden Fall in groß kaufen, weil ich auch diesen Duft absolut liebe. Und also wahnsinnig gut diese beiden Sachen. Und die pflegen auch richtig schön. Was man auch nicht vergessen darf, sind solche kleinen Alltagshelfer. Das ist ein Handgel, so ein Hygiene-Handgel. Was man einfach immer in der Tasche dabei haben sollte, finde ich. Also das gibt es von verschiedenen Marken. Das hier ist von Essence. Das gibt es aber auch von Sakrotan und von allen möglichen Hausmarken mittlerweile. Das muss gar nicht so teuer dann sein. Das kostet auch nur so um die, ich weiß nicht, 1,50 oder so glaube ich von Essence. Und da macht man sich einfach eine kleine Menge in die Handfläche, verreibt das. Und man fühlt sich einfach viel frischer an den Händen. Also man streicht sich ja gerne mal so durch die Haare oder durchs Gesicht oder man isst irgendwas. Und ja, wenn es dann vor allem mit den Händen ist, vom Bäcker, irgendwelche Sachen, mache ich vorher doch lieber sowas noch auf die Hände, wenn man vor allem in der Stadt unterwegs ist oder irgendwas anfasst, was schon viele zuvor angefasst haben. Also ich bin nicht so ein Hygiene-Freak, aber das hier finde ich essentiell für jede Handtasche. Vor allem im Winter, weil da die Bakterien irgendwie noch mehr sind als sonst. Dann kommen wir zur Lippenpflege. Und das sind meine zwei Lieblingslippenpflegestifte. Einmal hier von Alverde, der Lippenbalsam mit Vanilleblüte und Mandarine. Riecht sehr gut und ich finde, der pflegt auch schön die Lippen und man hat so ein geschmeidiges Gefühl. Ist ein bisschen glitschiger, also wer das nicht ganz so mag, der, ja, wird hier nicht so eine Freude haben. Aber ich mag das, wenn das so glossig aussieht. Und das sieht mit dem auf jeden Fall aus und es riecht gut und ich finde, es pflegt super gut. Das habe ich auch letztes Jahr schon sehr gerne benutzt. Und einmal hier von Carmex, das ist so ein kleiner Carmex-Stift mit der Richtung Vanille. Den habe ich allerdings mal aus einem, ich bin mir nicht mehr sicher, war es von Urban Outfitters oder von Aces. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber es gibt ja auch die normalen Carmex-Stifte oder Carmex-Tuben. Das ist eigentlich recht ähnlich von der Pflegewirkung. Und Carmex, finde ich, ist auch eine der allerbesten Pflegeprodukte für die Lippen und kann ich eigentlich nur empfehlen. Was im Winter auch noch ein Must-Have für viele ist, unter anderem auch für mich, sind einfach rote Lippenstifte. Und da gibt es ganz viele tolle, auch aus der Drogerie von Essence, von P2, von Catrice. Und da schreibe ich euch auf jeden Fall nochmal diese Lippenstifte unten rein. Und die sind echt meine absoluten Lieblings-Lippenstifte in der Herbst-Winterzeit. Parfüms dürfen natürlich auch nicht fehlen bei den Must-Haves. Und letztes Jahr habe ich besonders gerne diesen Duft hier getragen. Das ist von Lancome de la Vie Ebelle. Aber ich muss sagen, damit habe ich mich eigentlich mittlerweile, wie soll ich sagen, satt gerochen? Nein, das sagt man nicht so. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also ich kann das langsam nicht mehr riechen, weil man dafür eben sehr wenig braucht. Und das ist hier die 50ml Größe. Und man braucht wahnsinnig lange, bis man das aufgebraucht hat. Und ich glaube, das habe ich zum Geburtstag oder zum Weihnachten, ja, bekommen. Und ja, wie ihr seht, ich habe immer noch ein bisschen da drin. Also schon noch einiges. Und ich werde das aufbrauchen diesen Winter, werde es mir aber nicht nochmal nachkaufen. Anscheinend gibt es jetzt auch noch eine neue Variante davon. Da werde ich mal dran riechen. An sich liebe ich dieses Parfüm. Es ist halt sehr süß und relativ schwer. Also mehr wie, huh, mehr wie drei bis vier Spritzer braucht man da echt nicht. Das riecht man sehr lange und ist sehr intensiv und süß. Und eigentlich stehe ich auf so extrem süße Düfte gar nicht. Aber der hier ist echt was Tolles und man wird oft drauf angesprochen. Wirklich überall. Und ja, ihr müsst mal dran riechen, ob der euch gefällt. Aber es kann auch schnell zu viel werden. Und man kann ihn auch nur im Herbst, Winter in dieser Saison tragen, finde ich. Ein weiteres Parfüm, was ich sehr gerne habe in letzter Zeit, ist dieses hier. Sea by Chloé heißt das. Und ich würde nicht sagen, dass das ein ganz typischer Winterduft ist. Aber ich mag den einfach super gerne. Ich habe den jetzt noch relativ neu. Ich habe mir den erst Anfang Oktober im Urlaub gekauft. Aber ich finde den so, so toll. Und ja, also das ist mein neuer Lieblingswinterduft. Was auch nicht fehlen darf, sind natürlich Kerzen und vor allem Duftkerzen. Und meine aller, allerliebste Duftkerze ist diese hier von Yankee Candle. Das ist die Home Sweet Home. Und die riecht so, so gut nach irgendwie Glühwein, Punsch, so süßlich, fruchtig und zimtig. So in die Richtung geht die. Und das ist ein wahnsinnig toller Duft. Und ich werde mir auf jeden Fall noch ein paar andere holen. Aber die ist mein richtiger Favorit. Also ich bin so froh, dass ich die mir gleich in groß gekauft habe. Das war es wirklich wert. Und die kann ich wirklich nur jedem weiterempfehlen. Eine günstigere Variante habe ich vor kurzem auch bei DM entdeckt. Das sind diese hier. Das sind kleine Teelichter, die den Namen haben Weihnachtsbäckerei. Also die riechen auch nach frisch gebackenen Keksen. Und wenn man diesen Duft mag, dann wird man diese hier ganz besonders lieben. Das sind einige. Das sind 18 Stück und die halten wirklich länger. Und die duften sehr, sehr gut. Und ich glaube, die haben um die 3 Euro oder so gekostet. Ich muss nochmal nachschauen. Aber die sind wirklich zu empfehlen. Schon an der Verpackung riecht man, wie gut die riechen. Auch wenn das noch komplett zu ist, könnt ihr dadurch schon was riechen. Und es riecht wirklich sehr, sehr gut. Ein weiteres Must-Have sind für mich auch rote Nagellacke. In verschiedenen Varianten. Ob das knallrot ist, ob das dunkleres Rot ist, weinrot, bärig. Oder eben so richtig klassisches dunkles Weinrot. So wie meine Bluse ungefähr. Und das hier ist mein aller, aller liebster Ton von P2. Die Nummer 691 Can't Get Enough. Das ist ein sehr, sehr schönes Weinrot. Dann habe ich noch einige hier von Essie. Und zwei, die auch ganz neu sind. Das ist einmal dieser rötliche Ton hier. Und der heißt Russian Roll It. Der ist jetzt neu im Standardsortiment. Ein schönes, klassisches Rot. Dann habe ich einen, der ist etwas dunkler. Also so zum Vergleich. Der heißt Fishnet Stockings. Auch ein sehr hübsches Rot. Auch dunkelrot. Eher in die Richtung. Dann einmal so ein bäriger Ton. Also ist schon so weinrot mäßig, aber dann doch ein bisschen mehr bäriger, lila mäßiger. Und das ist der Bahama Mama. Und einmal so ein Nude Rot Mix Rosa. Das ist der In Stitches. Den finde ich auch sehr schön. Und trage den super gerne im Winter. Ein weiterer großer Favorit von mir im Winter ist natürlich sowas hier. Einfach schöne, flauschige, kuschelige Pullover, die ein bisschen was Spezielles haben. Also dieser hier zum Beispiel hat so Glitzer, ja so glänzende Glitzerfäden in Gold mit drin. Finde ich sehr hübsch. Der ist jetzt von New Yorker und noch relativ aktuell. Den dürfte es eigentlich noch geben. Und ist so flauschig gemacht. Und ich liebe einfach Oversize Pullover, die so ein bisschen hängen, ein bisschen schlappriger sind. Ich mag das. Wenn man dann eine enge Hose drunter anzieht, finde ich das super, super schön und kuschelig. Und mir gefällt das eben sehr gut. Und ja, ich mag sowas sehr gerne. Vor allem auch melierte Sachen, wenn das eben so verschiedene Strukturen drin hat. Und Verflechtungen und so leichte Farbspiele. Finde ich sehr hübsch. Dann gehen wir über zu Cardigans. Ich liebe, liebe Cardigans. Ich bin ein riesengroßer Cardigan-Fan. Vor allem auch von so locker fallenden Cardigans. Also ich mag nicht diese, wo vorne so eine Knopfleiste haben, wo man dann so ganz eng anzieht und auch an der Hüfte irgendwie endet und so. Die mag ich nicht so gerne. Am liebsten so offen, weite, locker fallende Cardigans. Das ist eher meins. Und ich zeige euch mal meine zwei liebsten. Das ist zum einen hier dieser hier mit so ein bisschen Aztekenmuster. Der ist relativ aktuell und dürfte es, glaube ich, auch noch geben. Der ist jetzt von Tailey Whale. Und ich finde den sehr hübsch. Und der passt durch seine Farben auch wieder zu vielem. Und dann habe ich auch noch eine ganz große Liebe. Und das ist dieser Cardigan hier von Zara. Das ist so ein schön gestrickter Cardigan. Ich mag diese Schwarz-Weiß-Optik super gerne. Und der hat halt auch so Fledermausärmel und ist ein bisschen länger. Und ich finde den sehr, sehr hübsch von der Struktur. Und den dürfte es eigentlich auch noch geben. Ein unverzichtbares Must-Have sind auch solche Kuschelhosen. Erst recht, wenn man daheim ist und endlich raus kann aus seinen Klamotten und es war draußen kalt. Dann liebe ich es, mich in solchen Kuschelhosen einzukuscheln. Und die gibt es zur Zeit bei Primark. Und auch solche Strümpfe finde ich unverzichtbar. Das sind so Kuschelsocken mit so einer Art Fleece innen drin. Oder, nee, nicht Fleece, aber so flauschig eben. Und die rutschen auch nicht, weil die eben so Noppen unten drunter haben. So durchsichtige Noppen. Und dann finde ich das so super. Statt Hausschuhe sind die echt klasse. Und wenn es kalt ist, finde ich solche Einlegesohlen unverzichtbar für die Schuhe. Die gibt es schon sehr günstig bei DM. Und ich finde, die machen einfach den Schuh sehr viel angenehmer zum Tragen. Und, ja, ich finde die sind echt super. Dann jetzt zu etwas, was wohl jeder von uns gerne hat. Das sind diese kuscheligen Schals, die einfach schön gestrickt sind und die einfach schön warm geben und schön am Hals anlegen. Wenn es kalt ist, man sich reinkuscheln kann. Und die einfach super sind und die es echt überall gibt. Und, ja, ein absolutes Master für jeden Winter. Genauso wie auch Mützen. Und ich bin gar nicht so der Beanie-Träger. Ich mag das nicht. Das steht bei mir ja immer... Ich finde, das sieht seltsam aus, wenn das so absteht. Und das mir besonders überhaupt nicht steht. Deswegen mag ich solche Mützchen, die auch gestrickt sind. Auch warm halten. Nicht ganz so warm wie eine Beanie. Aber trotzdem noch sehr gut sind. Und ich liebe solche kleinen Mützchen. Ich trage die super gerne. Oder, was auch noch ein kleines Must-Have ist, wenn es nicht wahnsinnig eisig ist, aber schon so, dass es an den Ohren friert oder so, sind solche Stirnbänder. Die trage ich auch sehr, sehr gerne. Mein großer Favorit in Sachen Jacken sind vor allem Parkas. Vor allem, wenn die so einen puschligen Fake-Fellrand haben und innen irgendwie gefüttert sind oder so, dann finde ich das richtig, richtig toll. Die habe ich von letztem Jahr von Ann-Christine mir geholt. Das ist so ein schönes, helles Braun. Dann einmal die aus meinem letzten Haul. Das ist so ein speziell grüner Parka, auch mit so Fake-Fell innen drin und an der Seite. Und dieser hier ist von Mango aktuell. Hat sehr schöne goldene Elemente hier. Gefällt mir richtig gut. Ich liebe Parkas über alles. Und Mäntel darf man natürlich auch nicht vergessen. Erst recht nicht, wenn sie so etwas Puschliges, Flauschiges haben. Ich liebe das. Und ja, ich mag solche Schnallen und all sowas, was irgendwie schick und edel aussieht. Und Mäntel sind auch ein absolutes Must-Have. Was mir nicht so gefällt, sind Down-Jacken. Das einzig Gute an Down-Jacken ist es ja, dass sie sehr schön warm halten. Aber es gibt noch eine andere Variante, wie man Parkas und Mäntel anziehen kann, ohne darin zu frieren. Und das sind solche Jacken hier. Die kann man einfach über seine Kleidung ziehen, aber unter die Jacken. Das ist so eine Art Fleece-Jacke. Also das ist jetzt kein richtiges Fleece. Und ich glaube, ich werde mir noch eine richtige zulegen. Weil es, je nachdem, wenn es wirklich unter 0 Grad hatte, schon alt kalt sein kann. Und es dann doch zu kalt war. Und das ist aber so die Art, wo ich einfach meine von diesen Jacken, die man so drunter anziehen kann, damit es einfach schon mal wärmt, bevor nochmal der Parka drüber kommt. Und das ist meist sogar noch besser wie nur eine Jacke. Dass man wie so ein Zwiebel-Look so 2-3 Schichten hat. Und das kann ich einfach nur empfehlen. Und das ist mein ultimativer Trick, wenn es einfach zu kalt wird und man denkt, der Parka reicht nicht aus. Dann einfach so wie eine Fleece-Jacke oder am besten sogar noch eine richtige Fleece-Jacke drunter anziehen. Dann kommen wir zu Lifestyle-Random-Sachen. Und meine absoluten Lieblingen-Sachen-Getränke sind diese zwei hier. Einmal darüber habe ich schon ganz oft ganz viel gesprochen. Das ist der Chai-Latte mit Vanille und Zimt von Krüger. Absolute Mega-Empfehlung. Und seit neuestem jetzt auch von Teekanne. Dieser Tee hier. Der heißt Winterzeit. Und das ist mein absoluter neuer Lieblingstee. Der riecht so Apfel-Frisch-mäßig, aber auch mit so typischen Weihnachtsgewürzen. Also so Zimt und ja, so Keksmäßig, so Spekulatis. Und das ist so der absolute tolle Winterduft für mich. Also ich liebe den. Den müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Und was gibt es denn Schöneres, wenn man in eine Decke eingekuschelt ist, daheim, die Duftkerzen aufgestellt hat, irgendwelche leckeren Sachen isst und dann dabei noch eine DVD schaut. Und ich liebe abgöttisch Gilmore Girls. Irgendwie habe ich es immer im Winter so damit, dass ich anfange Gilmore Girls zu schauen. Irgendwie jedes Jahr. Und ich liebe, liebe alle Gilmore Girls Staffeln. Und ich habe gerade angefangen, die wieder zu schauen. Ich habe jetzt nur, weil das so das schönste Exemplar ist, finde ich vom Titelbild, euch das stellvertretend einfach gezeigt. Ich liebe Gilmore Girls. Und ich finde, jeder sollte einmal Gilmore Girls geschaut haben. Es ist einfach beruhigend und man kann schön eine Tasse Tee trinken oder irgendwas dabei machen. Und ich liebe Gilmore Girls. Ja, das waren meine Winter Must Haves. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich konnte vielleicht euch ein paar Inspirationen geben oder so. Und vergesst auf keinen Fall, jetzt noch bei der Jule vorbeizuschauen. Ihren Link vom Kanal findet ihr unten in der Infobox. Und ich werde sie auch nochmal irgendwo hier einblenden. Und es ist eine super Liebe und ich mag sie einfach wahnsinnig gerne. Und schaut doch mal bei ihr vorbei, wenn ihr Lust habt, noch ein Winter Must Have Video zu sehen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!